Hallo alle zusammen, ich habe was richtig cooles gefunden und zwar ein Ampel-Game und das zeige ich euch jetzt. Das hier ist das Spiel. Wir warten jetzt mal kurz bis es rot wird. Sieht man auch wie lange die grün Phase ist. So, einmal zum Spiel anmelden, jetzt brauche ich noch jemanden. Und los geht's. So, wie ihr seht ist das ganze eine Pong Variante mit Skateboard. Das ist ja ziemlich cool. Hier sieht man auch, wie lange die Rotphase geht. Und das ist endlich mal ein guter Zeitvertreib, um an Ampeln zu stehen. Und man spielt mit Leuten, die man noch nie vorher gesehen hat. Das ist auch ziemlich cool. Und scheiße. Leider daneben. Und... Tja, leider verloren. Meine Mitspielerin war besser. Und da ist sie auch schon. Hey! Hey! Ja!